Um die Gerätegeometrie einzustellen, muss man in das Konfigurationsmenü. Dafür blättern Sie auf die dritte Seite der Softkeys und drücken dort auf den Schraubenschlüssel. Hier muss man dann den Button mit den zwei Zahnrädern 5 Sekunden gedrückt halten, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen. Achtung, ändern Sie nichts in der Konfiguration, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, was Sie einstellen. Andernfalls kann die Funktionssicherheit der Maschine nicht mehr gewährleistet werden. Für die Gerätegeometrie müssen Sie mit dem Pfeil auf die siebte Seite. Hier können dann alle Geometrien und Maße angegeben werden. Dieser Wert ist der Abstand zwischen dem Koppelpunkt und dem Drehpunkt der Maschine, welcher im Normalfall der Mittelpunkt des Fahrwerks ist. Die drei Werte darunter geben die Abstände der Abgabepunkte vom Drehpunkt der Maschine an. Diese werden für jeden Dosierer einzeln angegeben. Die Anzahl und Art der angezeigten Booms ist abhängig von der Maschinenkonfiguration. In diesem Fall ist der erste Balken mit dem Symbol für einen Einzelkorn-Dosierer gekennzeichnet. Die anderen beiden jeweils mit dem Symbol für einen Volumendosierer, sowie mit dessen Nummer. Die hier grafisch angezeigte Reihenfolge der Booms ist irrelevant für die tatsächliche Position in der Maschine. Wichtig ist nur, dass die Abstände richtig gemessen und eingegeben werden. So ist es auch, wie in diesem Fall, kein Problem, wenn der grafisch zuerst angezeigte Boom einen größeren Abstand zum Maschinendrehpunkt hat, als die danach angezeigten Booms. Ganz unten kann man noch einen möglichen seitlichen Versatz der Maschine eingeben, sollte das Gerät nicht mittig hinter dem Traktor laufen. Im linken Feld wählt man die Richtung, nach rechts oder links und im rechten Feld gibt man dann den gemessenen Versatz ein. Bis zum nächsten Mal.